Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 28. Spieltag der Regionalliga West-Saison 2022-23-Predictions. Los geht's! Heute um alle Spiele live bei Sporttotal TV. Heute um 19.30 Uhr. SV Rödinghausen gewinnt 3 zu 1 gegen Rot-Weiß A1. Dann FC Schalke 04 unterlegt Wuppertaler SV 1 zu 3. Rot-Weiß Oberhausen gegen Fortuna Düsseldorf 2. Das Ganze geht 4 zu 1 aus für Rot-Weiß Oberhausen. Herzlichen Glückwunsch! Dann morgen um 14.00 Uhr. SV Strahlen verliert gegen 1. FC Bocholt 1 zu 2. SV Lippstadt 08 gewinnt gegen SG Wattenschein 09 3 zu 2. 1. FC Kahn, Marienburg und Preußen Münster trennen sich 2 zu 2. Dann 1. FC Köln und SC Wiedenbrück spielen 1 zu 1. 1. FC Düren und SC Fortuna Köln trennen sich 0 zu 0. Und übermorgen um 14.00 Uhr Borussia Mönchengladbach 2 und da liegt Alemannia Aachen 2 zu 4. So das, was mit den Predictions am 28. Spieltag der Regionalliga-Fest Saison 20, 22, 23. So, wenn auch das Video gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da ab. Vergiss kein Abo, dann nimm uns das Glöckchen, das nicht vergessen sollte, wenn es einfach passiert. Gar keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann, gut geht's. Ciao! Ciao!